Herzlich Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Legionen, nee, Legacy. Wir gehen jetzt weiter und versuchen jetzt dieses komische Ding zu kriegen. Schickt er uns hin, ey, der Ollivander? Ein Kind, ey. Ja. Wir gehen mal weiter. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Reveilio. Okay, gehen wir weiter. Geht nicht anders. Ah, genau wie Jackdor es beschrieben hat. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Extendiamus. Intramuros. Hier draußen hat euch niemand hören. Redlock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Achtsin! Wie unglaublich schmack. Wenigkeit. Nein. Ah! Oh! Oh! Ich werde dich trinken. Mehr hast du nichts zu kippen. Die Arme, du wirst ja wirklich krass. Ich werde dich trinken. Was gibst du endlich auf? Bist du mal fertig? War's das? War's das? Diese Anhänger werden Renrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Okay. Halbier. Leck mich, Amtel. Das nützt, wenn man sich hier dreht ohne Ende. Sollen wir nochmal speichern? Ich weiß, ich weiß, ich speichere jetzt zu viel. Aber ich habe echt keine Lust, da großartig am Arsch zu sein. Weil die haben ja nämlich wunderbar wichtig Leute. Ja gut, geh mal rein. Komm, wir gehen rein. Wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, haha, haha, haha. Krank. Die Seiten sind bei Jacks Körper irgendwo in dieser Höhle. Das kommt mir langsam allzu bekannt vor. Reveilio. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Hier. Hm. Diese Runen müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Ich kann auf das Symbol schießen, aber es leuchtet nicht lange. Ich kann auf das Symbol schießen, aber es leuchtet nicht lange. Ich kann auf das Symbol schießen, aber es ist nicht zu viel. Ob einer meiner Zaubersprüche mich hierbei helfen wird? Nein, zurück! Begumpt, incendio! Ach, die Scheiße. Meinst du, ich krieg das hin? Ach, die Scheiße. Hecht es! weiter 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 was das cool ich bin mir jetzt nichts drin keramikmaske wieder ich habe schon gerade an keramikmaske es ist die selbe okay aber das ist episch ne legendär sehr geil jetzt geht nur noch hier aber die geht runter das will ich nicht aber hier lebt ja wo okay handschuhe ok geil jetzt gehen wir wieder zurück die lässt sich die lassen sich nicht Okay, jetzt geht es weiter. Ich würde mal sagen, die speichern wieder. Ich habe da Spinnen gesehen auf der Seite. Ich habe da speichern. Ich speichere ab. Ist mir alles egal, was ihr denkt. Aber ich speichere besser. Hier. Hier waren Spinnen, meine ich. Rebellio. Boah, was ist denn hier los? Wenn ich diese Plattform herbeirufen könnte, könnte ich sie betreten. Ach, hier. Um... Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Okay. Cool. Eine unberührte Truhe? Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Sehr geil. Wow. Ein bisschen rum. Wir können aber hier runter gehen. Wir hoffen da nicht entlang zu laufen. Und da ist auch ne Kiste. Wie ist das? Ist aber auch ne Kiste. Da ist die Kiste, wo ich schon war. Nein, nein. Das ist die Kiste, wo ich schon war. Kann man gleich spinnen. Das ist auf jeden Fall so. Ähm. Da. Ah, die gehen weg. Noch ein Rätsel. Nun, wenn es der Vorauslösen kommt, kann ich das machen? Eskaljamos! Filt das? Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Okay, alles klappt. Wow! Okay. Okay. Reveilion. Reveilion. Okay. 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 Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Rebellion! Rebellion! Wer weiß nicht, ob die Falle ist hier irgendwie. Rebellion! 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 Jetzt muss ich nichts nehmen. Okay. Was ist das? Wir gehen mal jetzt hier rum. Ach, jetzt war ich. Jetzt hat es verstanden. Okay. 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 Okay, ich hatte dann Schluss gelassen. Mega-Power-Trank. Drei Stück endlich mal wieder. Okay. Oh Mensch, ich habe doch nur die Truhe gesehen. Die Truhe. Ich habe die Truhe gesehen. Die Truhe. Okay. Ich drücke. Das ist eine Truhe hier. Moment schon. Da war ich schon. Da war ich schon. Gehen wir hier runter. Da ist sie. Die Brücke. Sie ist fast fertig. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spiel? Ja. 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 Ich werde sie mitnehmen. Ich werde sie mitnehmen. Das ist das mitnehmen. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das war's für heute. Ich muss mich nach dir in den Augen sehen. Was ist denn? Ich kann nur erahnen, wie sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Jaktor hier war. Jaaa! Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay. Was? Jetzt müssen wir auf die Brücke, jetzt müssen wir auf die Brücke. Ich habe hier nichts vergessen oder so, ne? Ich habe hier nichts vergessen. Ich habe hier nichts vergessen. Ich habe hier nichts vergessen. Okay. Warte mal kurz. Eins. Zwei. Warte mal. Jaaa, Baby. Rock'n'Roll. Jaaa, so muss das. Haha. Gehen wir weiter. Was für die schöne Brücke. Oh, ey. Die ist echt schön. Ich muss näher an Jaktors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Rebellion. Okay, speichern wir ab. Das ist alles nichts. Krass. 20 Spinnen. 40 Spinnen. Dann haben wir hier Sammlung. Das ist ja Hammer hier. Ich bin ein schlechter Helm. Okay. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ich sehe schon irgendwie wieder Wachen. Rebellion. Okay. Da ist Jaktor. So tot wie eh und je. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jaktor. Hm. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Die E-Jaktors. Ja. Das ist eine moltoartige Spinnmaschierung. Es Jackson-Made. Ich bin є und тем nicht bei derucah-ntrop note. In Romathlon haben ist jede Menge und Man 있는데요. nenhum muss. Dann bin in feared WATERbens, J Weahren und Schienen etwas damit verstanden. Pottweiler! Es ist bei ihm nicht so, dass er auch hier ist! We're going to die! Fuck it! Ach, die Scheiße! Ach... Ach... Das ist Ihr ... Das ist Ihr ... Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Scheiß, wir tot! Das war ja so knapp! Das war so knapp! So knapp! Das ist unheimlich! Was geht da vor? Boah! Danke fürs Zugucken! Ich glaube das war's erstmal! Ich geb mal grad die Truhe hier! Boah! Das Schal ist auch nichts wert! Super! 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 Die Köpfte! Mal gucken! 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 Ich guck die nächste Folge an! Da wird's noch spannend! Und ich glaube, das war im Moment die heftigste Situation, die ich je gelehrt habe. Bis dann, bis dann.